Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von... KörnerCraft 2 Mittlerweile 85 wieder und Adliner Wuff Hallo Das ist super Ja, hab ich mir auch immer so gedacht, okay So, wie benutze ich denn den Baustab hier? Aha Frage wieder, wie bindet's wieder dein Baustab? Aha, okay Mal Aber wirklich nur einmal Mein Girlfriend sitzt mir im Weg Realen Inventar haben Ah, okay, ja okay Ne, so will ich nicht bauen Ah, okay Das da sitzt im Weg Muss ja eigentlich, was wir zeigen, wenn wir da haben und dann rechtsklick machen, sobald du die dementsprechende Kästchen siehst, wo du es hinbauen willst Genau Ah, meine Freundin sitzt mir die ganze Zeit im Weg So Was ist denn eine Freundin? Die Girlfriend Ich wollte gerade sagen, wir könnten es einpacken, aber wenn du Snicks und Rechtsklick auf sie machst, dürft ihr sie theoretisch weiter an der Stelle stehen bleiben Ach, das passt schon so Okay, der Raum wäre fertig Aha So, gucken wir mal Äh, fuck Köln im Sturm Hab ich mir letztens wieder angeguckt, ne? Ist immer noch gut Hey, ich weiß, was du machen willst Hehehe Was? Muss selber herausfinden, was er machen will Mein Lieblingsprojekt Ach, nö, nächst schon wieder Biogasanlagen Genau das Natürlich Biogasanlagen Ich mag Biogasanlagen Jeder sollte einen haben So Ich brauche Und den Großteil davon haben wir Ich brauche bloß einen Zerstoßer Wenn wir einen haben Und bestimmt haben wir einen Aber nett Ach komm, das muss auch anders funktionieren Hey, wie geht's denn hier wieder raus? Ach, da geht's wieder raus Ähm Ach, du, halt Du treibst dir nicht ein bisschen Ich hab dir gesagt Du brauchst stärkere Kabel Geht zum Teufel Soll ich stärkere Kabel machen Wenn es von denen, glaube ich, nur 8000 Es gibt auch noch die unendlichen Aber Spinnst du? Haben wir jetzt keinen Zerkleinerer oder sowas? Normalen Meserator oder so? Doch Wo ist der? Weg Zerr Stoße Tatsächlich Den haben wir auch noch nicht Okay Dann machen wir doch den zuerst Nimm mal die Tasten Ich spiele zur Zeit Viel zu viele Spiele Merke ich gerade Sehr Da Also 800 pro Tick, 8000 pro Tick 33.000, das wäre das nächste Wollte ich ja schon vor Anfang ankraften, wir hatten diese ein Barren da nicht Die Ender, Enderium Barren, die fehlen mir Sonst könnte ich dir alle Kabel gleich updaten Enderium, wie hätte die einen EMT-Wert? Nein Ah doch, die, 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 die Die, äh, Röhren, also die leeren haben welche Die mit Rätzung gefüllt, nicht, aber die leeren haben welche Ich bräuchte nur Nuggets, wie bastelt man die? Ähm, wie heißt die Zelle? Welche Zelle haben wir das? Okay, das musst du anmischen mit Resonanten Ender Molten Shiny Geschmolzenes Zinn Silber Was ist Molten Shiny? Klingt auf jeden Fall süß Das ist mein Molten Shiny Das kann man machen aus diesen Blöcken Ah, das ist schillerndes Ah, okay, okay, okay Ich brauche wie gesagt nur ein einziges Dann kümmere ich mich um das dabei Dann kriegst du endlich deine besseren Kabel, du armes Tuck-Tuck Ich, ich überleg grad Soll ich lieber einen Tank machen, wo EMC-Wert hat, wenn der größere hat Auch einen EMC-Wert, ist auch gut Soll ich jetzt trotzdem die bessere Kabel herstellen? Gut Das ist alles, was ich wissen wollte Der Rest interessiert mich nicht Jetzt stehen wir alle hier rum Ich steh nicht rum, ich mach was Wie heißt das Ding, womit ich Sachen klein machen kann? Ah, das Ich hab mich gesagt Kleinerer Ich hab was Kraft noch Nein Ja, ich freue mich noch eine Kleinigkeit Ja, die trittst du gleich Ich weiß, wie fehlt ein Ding, ehrlich Darf ich? Nein, noch nicht Na, komm Äh, äh Ja, wach Gud 1 Dann bräuchte Was ist bei dir der Zerstoßer, wenn du Biomasse herstellen möchtest? Ganz kurz, ich will nur kurz den ein Ding finden, den ein Wahn, was ich suche. Den, äh, Zerstoßer. Ja, das ist, äh, Biomasse ist die, äh, 4714, da steige ich nicht ganz hinter. So, das ist aber auch ein Zerstoßer, der ist höchstwahrscheinlich von selben Mod? Ja, eben nicht, das ist ja das... Gibt ja keinen anderen, was das sonst macht. Ja, dann muss ich mal M, E, K und dann heißt es A, N, I, S, M. Okay, gut, das hätten wir dann mal ausgesucht. Dann muss er ja irgendwo Anreichungskammer, Kombinierer, Zerstoßer, ich hab ihn. Wieso hat, finde ich, so nicht. Bau dir einen Raum. Ich hab mir doch. Da sind das, da drüben ist ein, eh, nix. Okay, dann bauen wir da rüber. Bitte shiften. Was ist das denn? Eine Stahlhülle. Okay, ich brauche Stahl und Oblivion. Dann müsste hier irgendwo ein Zerstoßer sein. ach, aktiv, den... Witz die Zerstoße verbringt gibt es drei verschiedene einmal Leute gewöhnlichen fortgeschrittenen und die Lieder könnte ich jetzt übertrieben sagen aber nö ist davon abhören und ich beschäftige mich jetzt erstmal mit diesem Mod oder habt ihr was gerade so was habe ich denn jetzt ich wollte den da ich gut Basis Basis ist so ein selbstverlebtes kleines Ding du ach ist er doch immer wer war warum selbstverliebt ich brauche nur zwei Stück wahrscheinlich machen ja auch haben wir noch irgendwo Lava in der Nähe aber wir sind ein Nava Generator das ist wo ach so ne wo ist der ach da also zwei davon zwei Ender Perlen und zwei Ender Base ok gut das hätten wir dann geklärt ich entschuldige mich so ich brauche dich dort dich dort dich dort 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 irgendwas ist falsch ich hab ich euch jetzt noch eine Löhre haben wir überhaupt ein Rest und ja ja läuft noch also Leute da wurde im E-Kern steht nicht erschrecken ach schon reingeguckt er ist ja auch mit in die Tue hey wir haben mal einen Zerstörer hergestellt uuuh doch gar nix wir sind durch wir gibt ab und wir sind durch versteht ja tschüss bis dann bis dann ciao bis dann